ich merkte und hallo und willkommen zurück zu Let's Play ich bin ich bin äh und jetzt ist es okay ähm so wird die Füße für fünf Minuten aufgestanden in der Welt gar nicht mit mir irgendwie dreißig Minuten auf das ist ähm wir brauchen zwei Würfel und zwei Bälle wir haben zwei Würfel und zwei Bälle hörhöh Tende hörhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhäh hohohoho das Niveau hörhöhöhöhöhöhöhöh upsala jo ohne Spaß wir sind so doof echt? geil mh sag an was ist falsch das Portalfläche wo? da auf der Seite wo? da auf der Seite oh ja auf der Seite Köln so wird es nicht mehr künstler die Lockerfläche unter okay so wird den Prozent in der Züge der Läser gibt es egal der Kronen obwohl wir hatten immer wieder aber Aua, 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 Aua! Entschuldigung. Jetzt bist du reingeraten. Jetzt bist du reingeraten. Ja, ja, ist ja gut. Ich hab vergessen, was der macht. Achso, der ist sowieso egal. Jetzt bring den mal rüber. Okay. Warte mal. Zu spät. Ich meinte eigentlich darüber auf die andere Seite. Ja. Ja. Du chillst, du rum. Ja, das meint. Ich hab mich jetzt... Warte mal. Eins. Zwei. Nein. Warte mal. Ja, warte mal. Hier. Na? Du weißt? Ja, das meinte ich auch. Warte mal. Weg mal weg da. So. Zwei. Drei. Das ist der vierte. Moment, Moment. Sind alle. Was macht der? Nee. Nein, nein. Das ist der Spiegeltyp. Nein, nein. Das ist, glaub ich, ne andere. Hm. Hm. Ich schieß es auf. Dauert nur fünf Jahre. Nein, nein, lass den mal hier drüben. Wir können ja neu holen. Das ist ja nicht das Problem hier. Warte mal. Aha, guck mal da hinten. Hm? Guck mal hier, wenn ich auf den Knöpchen gehe. Und nicht auf den Knöpchen. Ah, komm mal rüber. Ah, ja klar. Hab schon gesehen. Ja, ja, ist gut. Ist gut. Ist gut. Würfel. Würfel nur mal. Okay, wir brauchen nämlich drei Würfel. Ja, klar. Sonst kriegen wir die anderen beiden nicht rüber. Ich frag jetzt trotzdem. Wir haben jetzt schon mal zwei. So. Bin ich auf der gesamten Map drei insgesamt schon? Wir haben schon drei. Also gerade einen. Ne, wir haben schon drei Würfel. Was ist mit dem hier? Was macht der nochmal? Der macht drei. Moment, jetzt setzt das Portal, dann holen wir den rüber. Wir brauchen den aber, glaub ich, noch. Wofür? Um an den Ball da oben zu kommen, den wir ebenfalls brauchen. Ja, dann holen wir erst den Ball und dann... Komm mal runter. Stell dich mal da drauf. Nein, das Dreh ist nicht vertreten. Das scheint. Ohne Schwaz, ich weiß jetzt nicht... Ach, das... Ne, Moment. Nein. Äh... Du musst gleich für mich Portale setzen. Ich kann keine Portale setzen. Setz mal blau. Mach mal hier wieder die Gucke. Ohne Schwaz. Aha, jetzt geht's. Nicht hilfreich. Ich weiß. Aber lustig. Dann muss ich was versuchen. Und nicht kräftig. Okay. Oh Gott, was kommt jetzt? Hm. Nein, nicht runterspringen. Fuck. Das geht so nicht. Oh, sehr gut. Das geht nicht. Das geht nicht. Nein. Was mach ich denn hier? Was mach ich denn hier? Was mach ich denn hier? Das ist kein Schiet, das ist einfach Map-using. Ja, Map-Map-Use. Fuck abuse. Keine Ahnung. Ich nutze die Map, wie sie gegeben ist. Das kann ich nicht. Ja, dann, Chase. Jawohl. Einführlich, weil ich glaub nicht, dass es so gedacht war. Äh, glaub ich allerdings auch nicht. Äh, aber jetzt nicht gesagt. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ja, das ist ja. Das Wäldchen ist drüben. Setz ihn doch schon mal. Mach ich. So, jetzt musst du... Wait a second. Nö, nö. Äh, das Gelbe ist da. Das Gelbe ist da. Nice one. So, jetzt kannst du hier drüben warten. Ich hol dir die ganzen Sachen. Wo drüben? Hier. Okay. Moment, ich helfe jemand. Ja, nimm, nimm das Ding mit. Nimm, 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 nimm nicht den Ball. Nimm jetzt das Ding mit. Ich komm gleich mit dem Ball nach. Oh yeah. Ein bisschen anders als gedacht, aber das ist so okay, ne? Ich hab Geld da gesagt. Part ist jetzt ganz schön kurz, ne? Der Part ist jetzt ganz schön kurz, ne? Ich weiß noch nicht, ob ich fertig bin. Wir haben schon sieben Minuten. Ich glaub, der ist... Das ist jetzt fertig. Oh. Ja. Scheiße. Jupp. Ne, äh... Anders. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Du bist zu fett. Du kommst noch ein. Warte. Yes! Das sieht so geil aus. Okay, ich bin drin. Warte auf jeden Fall. Ich glaube... Das war's. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt... Aber andererseits, warum lädt der jetzt irgendwas? Äh... Das macht er immer, wenn's vorbei ist, glaub ich. Echt? Nein. Ja. 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 Ich glaube tatsächlich, dass es war... Also die Map war... Gar nicht mal so hart, ja? Ja. Ich muss sagen... Hallo? Ganz ernsthaft, ne? Wir brauchen ne richtige raus. Ich hab mich mit Portal Error, hab ich mich so abgemüht. Echt? Schatz, Sven? Eine... Eine Stelle. Fand ich richtig scheiße. Da musstest du, ähm... Durch dieses Feld, wo halt die Portale verschwinden, durchschießen. Mit Laser. Den du geholt hast. Und dann einen anderen, so ein Zwei-Umnetz-Cubes. Ach, dieser... Dieser kleine Raum mit diesen 50 Cubes, wo du dann drei Empfänger poweren musstest, ne? Ne, das war, äh... Du warst in dieser Empfangshalle, würde ich glaube ich sagen. Ach das, ja. Und gibst dann raus, und draußen, und dann, ähm... Ach ja, das... Ist links so ne kleine Ecke. Ja genau, das war mies. Das war... Das war halt dieses... Und ich hab da... Ich musste da... Ich hab irgendwie das Gefühl, der hat nen Bug, oder? Weiß ich nicht. Äh... Escape. Hm. Ne. Auf jeden Fall hab ich da irgendwie lange dran gesitzen, um das hinzukriegen. Okay. Das war ich... Detail schwer. Er lädt, und er lädt, und er lädt. Wir können noch ne halbe Stunde quatschen, wie der Part ist jetzt gerade neun Minuten lang. Ja genau, komm. Ne. Ich glaube nicht. Ich glaube irgendwie nicht, dass da noch... Ich möchte nämlich jetzt gleich noch den Binding of Isaac aufnehmen. Was? Ach, möchtest du noch mal aufnehmen? Ja. Ja. Ja, das neue Let's Play von Lukas. The Rebirthed Isaac. Was reagest du? The Binding of Isaac Rebirth. Danke so, Rob. Das neue LP von Lukas. Der macht auf und ich hab ja auch ein paar Programme auf. Schon sechs Aufrufe. Ja, das ist sechs Aufrufe. Einer kann drücken. Einen Kommentar. Einen Kommentar. Okay, ich glaub das wird nix mehr. Ich glaub das wird echt nix mehr. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, dann gibt's irgendwann... Äh, was waren das jetzt? Drei Parts, wa? Äh, neuer Verbindungsversuch zum Server. Ich glaub die Verbindung ist abgebrochen. Ja, ich hab's gebandet. Achso. Vielleicht... Ich hoffe, da kam jetzt nicht noch was, ne? Komm, das hat dir zu lang geladen. Vielleicht kann da Credits oder Abspannen oder so. Ich kann ja... Ich guck mal nach auf YouTube. Vielleicht nur mit YouTube. Ich guck mal danach nochmal nach auf YouTube. Ich glaub aber nicht. Egal, ähm. Dann sehen wir uns dann in der nächsten Coop-Kammer. Vielleicht auch in der nächsten Singleplayer-Kammer wieder. Ich kann dir noch welche empfehlen. Was hab ich denn so... Also, 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 ganz ernsthaft. Du musst noch die beste aller Kollektionen spielen. Ach, ich hab hier noch SP-Singleplayer-Sunbury. Ja, die gibt's auch noch. Du kannst ja auch, ähm... Ach wie hieß das nochmal? Hier, Angry Turret oder so. Ich hab nochmal ein Little Cube. Twelve Angry Tests oder wie das heißt. Das ist... Ich glaub das ist die beste Kollektion, ähm... Momentan in der Community. Wird wahrscheinlich sein, dass... Ach, sogar ein Bosskampf. Cool. Aber wie ihr seht hier übrigens schon, ich hab äh... ein paar Lehrer durch. Vielleicht fang ich mein Little Cube an. Oh, Friendship is Magic. War das Singleplayer oder Coop? Naja, es heißt Friendship is Magic. Das stimmt, das ist glaub ich... Die nächste Map, die wir machen, werden die Friendship is Magic greifen. Nein! Jawoll! Das ist... Nein! Du weißt das... Du weißt ganz genau, dass ich davon Paranoia und so'n Scheiß hab, weil... Boah, ne... Ich spreche euch hiermit hoch und heilig. Wir werden irgendwann in dem nächsten Jahr... Friendship is Magic die komplette Reihe der Map-O-Trade spielen. Voll heilig. Kann es sein, dass Lukas grad den Anruf beendet hat. Weil er keinen Bock hatte. Ja Leute, es wird... Ich versuch das auf jeden Fall, ihn rumzukriegen. Ja, äh... Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.